Und hier das Urteil des Kampfgerichtes Kikao nach der 6. Runde 1.25 und damit Interkontinental-Champion aus Italien, Giuseppe Laudio. Rettung! Rettung! Aber wir danken uns auch recht herzlich bei dem Lokalmordador, Danny Deleuwe! Rettung! Meine Damen und Herren, wir sagen ganz herzlich Dank, dass Sie am heutigen Abend kaum zu Gast gewesen sind. Wir rutschen in einen zahmernden Heimweg, dass man still...